Bei Letztens stimmte zwischen Julia Beautix und Joel Chandorksicke die Chemie. Nachdem sie sich von TikToker Matthias Schubert getrennt hat, jetzt die Überraschung. Back on set, verkündete Julia Beautix vor einigen Tagen stolz in ihrer Insta-Story, denn die 24-Jährige dreht wieder für die ZDF-Serie Frühling. Dazu das Foto einer Tür, an der ein Schild mit der Aufschrift Krankenpfleger Lionel Sandor hängt. Und ratet, wer heute bei uns ist. Freue mich Deluxe, schrieb sie dazu. Letztens Reunion, Julia Beautix nach ihrer Trennung wieder mit Joel Chandorksicke zusammen. Wenige Sekunden später sah man sie in einem Video aufgeregt, guckt mal wer hier ist, guckt mal wer hier ist, oh mein Gott, Joel. Rufen und auf jemanden zu rennen. Dann schloss sie Profitänzer Joel Chandorksicke in die Arme, mit dem sie in der 16. Letztens Staffel die Ehre hatte. Dazu die Zeil Joel ist wieder bei mir. Hab ihn seit der Profit-Challenge nicht gesehen, ah. Ihre Aufregung konnte und wollte Julia Beautix nicht verbergen, wir sind am Frühlingsset und Joel Chandorksicke ist hier, Fehler in der Matrix, was ist hier los? Dann zeigte die Blondine ihren Fans sogar, wie es aussieht, wenn ihr Kumpel als Schauspieler vor der Kamera steht. Joel Chandorksicke ist jetzt auch Schauspieler und übernimmt Rolle in der ZDF-Serie Frühling. Später interviewte sie ihn dann im Auto. Wie seine ersten beiden Tage im neuen Job waren, hakte sie nach. Anstrengend, gestand der Tanzer. Für zwei Minuten Material habe er den ganzen Tag drehen müssen. Respekt, was du machst, Julia, fügte er hinzu und schaute Beautix lange und intensiv an. Wohin die beiden nach dem Dreh gefahren sind, blieb zunächst offen. Dass sie sich jedoch wieder haben und nach wie vor so gut verstehen, ließ Feenherzen aber direkt höher schlagen. Seither gab es viele gemeinsame Bilder von Jolt und Julia. Gemeinsam besuchte das Duo das Münchner Oktoberfest und ließ es dort ordentlich krachen. Könnten Joel Chandorksicke und Julia Beautix ein Paar werden? Wäre Joel Chandorksicke nicht mit letzten Star-Mein-Liga-Zermifleiert und die beiden ein waschechtes Traumpaar, würden sich viele nun bestimmt eine Liebesgeschichte zwischen Julia Beautix und Jolt wünschen. Die 24-Jährige hat sich nämlich kürzlich von ihrem Freund Matthias Schubert getrennt, mit dem sie seit Anfang 2020 zusammen war. Da Jolt's Herz Malika gehört, bleibt es bei ihm und der Blondine aber wohl bei einer engen Freundschaft. Und was könnte schöner sein, als einen guten Kumpel in seiner Nähe zu haben, wenn man gerade eine Trennung verarbeiten muss. Schon in dieser Woche sieht sich das Duo wieder, denn Joel Chandorksicke hat bereits seinen nächsten Auftritt am Frühlingsset.